Alpha Art Spezial Egon Schiele, Gustav Klimt und Jugendstil Die Dynamik im Wiener Museumsquartier ist unübersehbar und macht Lust auf Kunst und Kultur. Hier fließen Tradition und Moderne ineinander. Im Leopold Museum finden sich Liebhaber der Kunst Gustav Klimts, Egon Schieles und der Kunst um 1900 ein. Für sie sind die Attraktionen des Museums, das aus der privaten Kunstsammlung des Augenarztes Prof. Rudolf Leopold hervorgegangen ist, Anziehungspunkt Nummer 1. Auf der Suche nach Höhepunkten von Egon Schieles Kunst landen wir direkt in der bedeutendsten Egon Schiele-Sammlung der Welt. Egon Schiele ist im Leopold Museum, vertreten wir in keinem anderen Haus. Das war die ganz große Leidenschaft von Prof. Rudolf Leopold. Und er hat immer wieder von dieser Faszination gesprochen, die dieser Egon Schiele auf ihn ausgeübt hat. Der Sammelleidenschaft des 2010 verstorbenen Museumsgründers Prof. Rudolf Leopold ist diese einmalige Sammlung zu verdanken. Man soll ohne eigentlich zu denken zuerst, einfach gefühlsmäßig, man soll das Bild auf sich wirken lassen. Von Anfang an galt das Interesse des Sammlers ganz besonders dem österreichischen Maler Egon Schiele, der neben Gustav Klimt zu den bedeutendsten bildenden Künstlern der Wiener Moderne zählt. Schiele hat sich selbst immer wieder zum Modell genommen. In seinen Selbstdarstellungen nimmt der Künstler unterschiedliche Charaktere an. Beinahe jede seiner Werke ist unkonventionell und provokant. Schieles künstlerische Genialität findet nicht zuletzt durch seinen Ruf als frühvollendeter weltweit Bewunderung. Schiele hatte ja finanziell zu ringen. Es war ja eine andere Zeit, wo auch die größten österreichischen Künstler, also Klimt und Schiele, keine Unterstützung staatlicherseits bekommen haben. Und Schiele hatte das Bild, hat es einem damaligen großen Sammler, dem Karl-Reining-Haus, angeboten. Und der hat geschrieben, man weiß nicht, wie sie da stehen. Und Schiele hat ihm einen langen Brief geantwortet, er wollte das gar nicht. Das soll so unbestimmt sein. Das ist wie eine Emanation, die sich vor einem grauen Himmel, aber das soll nicht bloß ein grauer Tag sein, sondern für die beiden, die trostlose Welt wurde, die niemand erkennt. Er hat sich als Eremit in der Kunst gefühlt. Und genauso, der Klimt auch nicht, also der ist an ihren Weg gegangen. Und so hat er auch den Klimt, fast träumend oder fast schlafend, ihm angelehnt scheinbar, und in einer Gewandführer gemacht. Man glaubt, das ist so einfach so schön gezogen. Aber wenn Sie sich die Pantimente anschauen, es war vorher anders. Der hat es dann geändert, nicht? Und hier trägt er, man sieht es kaum, eine Mappe, die Schiele immer mit sich geführt hat, um zu zeichnen. Es gibt eine sehr hübsche Anekdote, dass Klimt den Kontakt zum jungen Schiele gesucht hat, weil ihm dieser junge Mann aufgefallen ist, und sie tauschen Zeichnungen, Zeichnungen, Aktdarstellungen. Der Schiele ist völlig begeistert und kann sein Glück nicht fassen, dass ihm Klimt vorschlagen, und wir tauschen im Verhältnis eins zu eins sozusagen diese hohe, dieser fast Ritterschlag, den er da erfährt. Anders als Gustav Klimt wendet sich Egon Schiele ab vom Diktat der Schönheit. Der Reichtum an malerischer Substanz spiegelt sich in seinen Gemälden wieder, aber auch seine existenzielle Zerrissenheit und Melancholie. Egon Schiele war vielleicht der introspektivste unter den Künstlern der Jahrhundertwende. Er hat sich sehr mit sich selbst, mit seinen Gefühlen, aber auch mit seinen Visionen, mit seinen spiritistischen Erscheinungen beschäftigt und hat besonders als junger Mann so circa bis 22, 23 an großen inneren Spannungen gelitten, die für ihn aber ein Quell seiner Kreativität war. Das ist ja auch das, finde ich, Beeindruckende an Egon Schiele, dass er seine Spannungen quasi beim Wort genommen hat, ernst genommen hat und sie mehr oder weniger eins zu eins auf seine Bilder gebracht hat. Mit seinen späten Bildern hat Egon Schiele das Wesentliche seiner Kunst erschaffen, Gemälde des Existenzialismus. Er schrieb, Kunst kann nicht modern sein. Kunst ist urewig. Egon Schiele, Tod und Leben heißt es, aber in Wirklichkeit stellt es dar Egon Schiele mit seiner langjährigen, geliebten Modell, Walli Neuziel. Und es ist quasi die Dokumentation der Beendigung seiner Beziehung. Und man sieht diese rothaarige Walli, die sich an ihn klammert. Er selbst als tot, wie schrecklich, weil es ist ihm wahnsinnig zu Herzen gegangen. Er wollte es eigentlich nicht. Er hat sie sehr, sehr gerne gehabt. Sie ist immer an seiner Seite gestanden in den schweren Zeiten. Sie hat ihn im Gefängnis besucht. Aber sie war halt ein Modell und nicht für die Gesellschaft akzeptabel. Und er dachte, es ist für ihn leichter, wenn er eine bürgerliche, ein gutbürgerliches Mädchen, dass er dann edit, die er auch geheiratet hat. Und das ist eigentlich die Dokumentation oder der Ausdruck dieser Beendigung, dieser unglaublich für ihn wichtigen Liebesbeziehung. Das Bildnis Kardinal und Nonne ist ein Hauptwerk von Egon Schiele. Es entsteht 1912, es ist links unten signiert. Und was passiert zur selben Zeit? Vier Jahre vorher hat Gustav Klimt das berühmte Gemälde der Kuss gemalt. 1907, 1908. 1908 wird es vom Staat erworben und befindet sich heute im Belvedere. Hier ist es ein Selbstbildnis, zwei kniende Menschen, der eine der Mann in einem roten Gewand, das irgendwie an einen Kardinal erinnert. Aber es sind da diese Beine, die aus dem Bild hinausragen. Eine ganz klassische Dreieckskomposition. Die Frau ist als Nonne gekleidet. Ein Thema, das natürlich sehr symptomatisch auch für die Zeit ist, für das kulturelle Milieu, für das katholisch geprägte Milieu in Wien um 1900, die kaiserliche Residenzstadt. Schiele erreichte innerhalb kürzester Zeit eine vollkommen eigenständige und neue Bildsprache, die sich besonders in den Gemälden sitzender männlicher Akt und Lyriker präsentiert. Ich glaube, was Schiele so sehr ausmacht, ist, dass er sich selbst in diese Fragen um Nacktheit, Sexualität, um Liebe einbezieht und nicht nur das Vis-à-vis bespiegelt, sondern sich selbst mitten in diesen ganzen Konflikte hineinsetzt. Wenn er sich mit Sexualität beschäftigt, dann ist es ja nicht immer nur, dass das etwas Tolles findet, sondern es ist auch etwas oft Beunruhigendes. Die dunklen Seiten, nicht nur die Freude und Erfüllung, auch wieder in dieser Totalität eines ganz breiten Spektrums. Das macht ihn modern und das macht ihn sicher auch für Menschen, die auch in dieser Phase sind, so spannend. Ein weiterer Schwerpunkt Chiles waren seine Landschaften und Städtebilder, die vor allem Motive in Krumau in Südböhmen zeigen. Expressive Visionen in der charakteristischen Farbgebung. Und wie kein anderer konnte sich Rudolf Leopold für diese Bildwelten Chiles begeistern. Da hat eine Kunsthändlerin, also mich aufmerkt, der Arthur Rössler möchte ein oder zwei Frühwerke verkaufen. Ich bin hingegangen und dem Arthur Rössler ist es wie ein Sakrileg erschienen, dass ein 25-Jähriger so alt war, wo ich damals Chiles sammeln will. Und hat mich vor dieses Bild hin, hat er sich gesagt, na schauen Sie mal das Bild an, das ist der Sonnenuntergang, was sagen Sie dazu? Und ich habe genau gewusst, jetzt kommt es darauf an. Und habe gesagt, Sie sagen Sonnenuntergang. Man müsste aber eigentlich mit aller Schwermut sagen, die Sonne versenkt. Und vorne ist es schon dunkel und kalt geworden und jedes Blatt ist starr vor Kälte. Und das besonders Eigentümliche ist der Himmel und die Inselberge, die ja im Eigenschatten wären und daher am schwärzesten aussehen würden. Und der Schiele hat sie wie durchleuchtete Kristalle gemeint. Das Ganze macht einen irrealen Eindruck. Man hat fast das Gefühl, kehrt diese Sonne wieder. Das Eis war gebrochen. Drei, vier Jahre später etwa habe ich es bekommen. Er hat es verbockt, ich habe es gar nicht gesehen, wie ich es zu Hause aufmache. Und hinten drauf schaue, auf den Keilrahmen steht in der steilen kurentdeutschen Schrift von Schiele selbst geschrieben, versinkende Sonne. Das ist Egon Schieles Mutter mit zwei Kindern. Die zweite Fassung eines der Ikonen, nicht nur Egon Schiele, sondern der österreichischen expressionistischen Malerei. Es zeigt diese Mutter, die völlig verzweifelt ihre zwei Kinder neben sich, eigentlich nicht umarmt, neben sich hat. Da sieht man schon eine gewisse Isolation. Die Kinder haben trotzdem diese bunten Gewänder, denen ein bisschen eine Fröhlichkeit, ein bisschen ein Kindlichkeit wahrscheinlich auch geben soll, Unbeflecktheit. Während die Mutter in ihrer totalen Verzweiflung dieses ganz ausdruckscharke Gesicht mit diesen hohlen Wangen, den grauen Farbe, die Farbe, die diese Verzweifeltheit zeigt. Und sie muss sich natürlich vorstellen, das ist 1917 gemalt. Ende des Krieges. Und es zeigt auch eine Situation im Weiteren, was Schiele rezipiert, was er sieht, aber auch seine eigene Situation. Er ist verheiratet. Er hat eine junge Frau. Er weiß nicht, wie er sie ernähren soll. Das sind Zukunftsgedanken, die auf der einen Seite darin verarbeitet ist. Und er verarbeitet vor allem auch in der Art sein großes Vorbild Gustav Klimt, der daneben hängt, mit der Mutter mit zwei Kindern, von dem er diese kontrastreiche Malerei übernimmt. Das ist die Familie. Das zeigt jetzt eines seiner letzten Bilder aus dem Jahr 1918. Also kurz vor seinem Tod ist das gemalt. Das zeigt die Familie. Und sie sehen Schiele, wie der Selbstprodukt mit seiner Frau Edith, die eigentlich in einer Distanz zu ihm sitzt, mit einem Kind, das vor ihm ist. Dieses Kind wurde nie geboren, aber sie war schwanger von ihm. Aber sie sehen ganz einfach, es fehlt diese Innigkeit. Es ist eine unglaubliche Distanz zwischen diesen drei Personen in diesem Bild. Die Palette ist braun, sehr dunkel. Und er hat nicht gewusst, wie er das lösen soll, weil dieses Aufstieg ins sogenannte Bürgertum hat ihm auch nichts gebracht. Es ist Ende des Krieges. Die Frau versteht ihn nicht. Und das sieht man so wunderbar in dem anderen Bild, diese Wale, die ihn umfängt. Und auch er, also diese Innigkeit, die hat es in dieser Beziehung nie gegeben. Das drückt dieses Bild natürlich sehr schön aus. Es ist also eigentlich unheimlich dramatisch, wenn man sich vorstellt, dass ein paar Monate später alle tot sind, dass das Kind nie geboren wurde. Zuerst stirbt seine Frau an der spanischen Grippe und er drei Wochen später und macht also diesem schon schweren Leben ein abruptes Ende. Im berühmten barocken Schloss Ensemble Belvedere ist man in Feierlaune. Anlässlich 150 Jahre Gustav Klimt fordert eine Jubiläumsausstellung geradewegs dazu auf, sich mit Klimts großartigem Werk zu beschäftigen. Es geht um die Konzentration auf die Arbeit selbst, auf die Aussage, die jedes einzelne seiner Hauptwerke dem Betrachter vermitteln kann. Gustav Klimt, er war heuer am 14. Juli eben 150 Jahre alt geworden und wir sind sehr glücklich und dankbar, dass gerade das Belvedere die größte und umfassendste Sammlung an Ölgemälden besitzt und daher haben wir auch eine Spezialausstellung hier organisiert, wo alle unsere, oder sagen wir der Großteil unserer Gemälde zu sehen sind. Gustav Klimt fühlte sich in der Gesellschaft von Damen sehr wohl. Neben der Mutter und den Schwestern, mit denen er zusammenlebte, war Emilie Flöge für viele Jahre seine Lebenspartnerin. Und er war ein gefragter Porträtist der Damen des wohlhabenden Grossbürgertums. Er schuf Frauenbildnisse von Amalie Zuckerkandl, Johanna Staude und vielen anderen. Die Damen der Gesellschaft haben sich darum gerissen, von Klimt porträtiert zu werden. Er war sehr wählerisch, sehr wählerisch und es war auch wahnsinnig teuer. Also es hat wirklich eine kleine Villa gekostet. Und das ist wahrscheinlich eines der schönsten, weil es wunderbar dieses ausgemalte Porträt einerseits zeigt und man sieht, was er für ein toller Maler ist, in diesem Wiener Werkstätte-Sessel sitzen und diese goldene Leiste oder Fläche, die Sie auf der Seite sehen, ist der abstrahierte Hoffmann-Kasten, der in seinem Atelier steht. Und das Wunderbare ist natürlich, wie diese verschiedenen Flächen ineinander übergehen und trotzdem die Präsenz dieser Frau, wie sie hier sitzt. Der Hintergrund und auch die Figuren werden von Gustav Klimt häufig in geometrisch flächenhafter Weise ausgeführt. Andere Berühmtheiten wie Salomé weisen ebenso wie dieses Meisterwerk geometrische Teile auf. Sie alle zeichnen sich durch eine ruhige, einfache Komposition aus. Judith hinter mir, das ist auch eines der schönsten und herrlichsten Bilder aus seiner goldenen Periode. Wir haben auch eben Untersuchungen gemacht und es findet sich wirklich richtiges Gold, also nicht Goldfarbe, sondern richtiges Gold und Platin in diesen Bildern drinnen. Sein Vater war ja Goldschmied und daher kommt natürlich auch die Liebe zu den Materialien wahrscheinlich, nicht nur, aber das war sicher eine große Voraussetzung und der Bruder hat eben auch Rahmen gemacht. Zu sehen sind die Hauptwerke der goldenen Periode mit dem wohl berühmtesten Kost des Jugendstils. Ein Detail des berühmten Beethoven-Frieses, das sich friesartig über die oberen Hälften Dreierwände in der Wiener Sezession erstreckt und eine zusammenhängende Folge bildet. Der Beethoven-Fries wurde ja geschaffen im Rahmen einer Gruppenausstellung, die sich Beethoven widmete und war sicherlich eines der prominentesten Arbeiten, wenn auch nicht das Zentrale. Und er illustriert eigentlich die neunte Sinfonie von Beethoven, beginnt eigentlich links im Raum und ist dann umlaufend, ja, ausgehend oder anfangen mit den schwebenden Figuren, den sogenannten Genien, die eben auf der Suche nach dem Glück sich durch den Raum bewegen. Dann ihre erste Unterstützung finden im Ritter, der sie also in dieser Suche kämpferisch unterstützt. Auf der Stirnseite finden sie all die dunklen Gewalten und dieses Monster Typhois wird eben noch unterstützt oder begleitet von den allegorischen Figuren Tod, Krankheit und Wahnsinn, aber auch den drei Frauenfiguren Unkeuschheit, Wolllust und Unmäßigkeit. Die Genien sind davon aber quasi unberührt, tauchen wieder auf im Eck des Bildes und finden dann ihren ersten Halt in den Künsten in der Poesie. Dann findet sich eine Freifläche und am Ende dann eben, ja, das grosse Finale, die Vereinigung von Mann und Frau, Tag und Nacht. Der Moment, wo dann eben in der neunten Sinfonie von Beethoven erklingt dieser Kuss der ganzen Welt. Hier in der Sezession wurde im Jubiläumsjahr auch eine zeitgenössische Installation entwickelt, die sich auf Klimt bezieht. Als Künstlerinnenvereinigung haben wir uns überlegt, was wir machen können, gerade im Klimtjahr anlässlich des Jubiläums, wollten auf jeden Fall einen zeitgenössischen Zugang finden und haben aus diesem Grund Gerwald Rockenschaub eingeladen, eine Plattform zu entwickeln, die es einfach den Besucherinnen und Besuchern ermöglicht, den Beethoven-Fries aus der Nähe zu sehen. Und, ja, Gerhard Rockenschaub hat das mit Bravour gelöst. Es gibt in seinem Werk selbst eine Reihe von Plattformen, Podesten. Und bezeichnend ist einfach, wie er wirklich die Wahrnehmung des Raumes und dieser Intervention von Beethoven verändert. Zunächst einmal ist diese Plattform so monumental, dass sie wirklich den Blick verstellt, um dann sozusagen, nachdem man die Treppe hinaufgestiegen ist, wirklich den Blick zu öffnen und einem diese Nahsicht anzubieten. Das ist eine ganz andere räumliche Dramaturgie, die sich dadurch gestaltet. Ein zweiter Punkt, der sehr präzise ist und an dem sich sehr schön dieser Dialog eigentlich zwischen der Plattform von Gerhard Rockenschaub und dem Beethoven-Fries von Gustav Klimt darstellt, das ist eigentlich die Farbwahl, also dieses leuchtende Gelb, das auf der einen Seite wirklich, ja man kann sagen, in Konkurrenz tritt zum Gold und eine ganz andere Form, eine viel modernere Form des Leuchtens in den Raum bringt, gleichzeitig aber sich auch wiederum zurücknimmt und jetzt nicht abstrahlt auf das Beethoven-Fries insofern, wie es zum Beispiel einen Rot tun würde, was dann doch einen farbigen Schatten wirft auf die Arbeit. Im Leopold Museum lenkt man den Blick auf die künstlerische, aber auch persönliche Seite des Künstlers. Das Werk von Gustav Klimt ist weltbekannt, aber der Mensch und Künstler dahinter blieb vielen verborgen. Diese persönliche Seite wird in der Ausstellung in den Mittelpunkt gerückt. Es gab bisher sehr viele Ausstellungen zum Gustav Klimt. Die einen Ausstellungen hatten sich mit dem zeichnerischen Werk beschäftigt, die anderen hatten einzelne Werkgruppen herausgehoben. Es gibt die Frauen, es gibt die Landschaften, es gibt den allegorischen, symbolistischen Klimt. Es gab große Gesamtausstellungen, aber eigentümlicherweise ist der Künstler selbst immer sehr blass geblieben. Und da haben wir uns gedacht, jetzt setzen wir den Künstler, nehmen wir ihn und lassen ihn selbst sein Werk kommentieren. Das heißt, nicht die Kunsthistoriker, sondern der Meister selbst spricht und wir versuchen eine Verschränkung zu machen, hier leben, da Werk und die beiden Läufe miteinander in Beziehung zu setzen. Die Schau im Leopold Museum bietet erstmals die Möglichkeit, Klimt persönlich kennenzulernen. Für den museologischen Direktor Tobias Natter bringt die Ausstellung so einen frischen Blick auf den Osmos Klimt. Ja, wenn der Meister sprechen soll, wie kann er das tun? Wir haben natürlich keine Tonbandaufzeichnung, die gab es damals nicht, aber wir haben die Dokumente, die Briefe, die Klimt geschrieben hat. Und ein sehr starkes Symbol für diese Form der Annäherung ist das Vitrinenband. Eine Vitrine zieht sich, schlängelt sich durch die ganze Ausstellung wie ein roter Faden, läuft sie chronologisch vom Anfang bis zum Ende der Ausstellung. Und darin liegen Briefe, die Klimt an Emilie Flöge geschrieben hat. Allein an diese eine Person hat er über 400 Briefe geschrieben. Die Zitate, die wir aus diesen Briefen nehmen, hängen teilweise an der Wand. Aber es sind auch andere Quellen verwendet worden, aus seinen Tagebüchern, aus anderen Dokumenten. Sehr inhaltsreich sind Briefe von Klimt und seiner Geliebten, sein Modell Mitzi Zimmermann. So können wir sehen, wenn man sich ernsthaft mit dem Nachlass, dem schriftlichen Nachlass beschäftigt, dass es da sehr vieles gibt. Am Attersee. Der schwarze Stier, die grosse Pappe. Die Ausstellung Klimt persönlich zeigt besonders schöne Beispiele von Klimts prachtvollen Landschaftsbildern. Ein Großteil der Gemälde zeigt Motive, die an seinem Sehnsuchtsort entstanden sind, wo er viele Sommermonate verbrachte. Der Attersee war der beliebteste Rückzugsort für Gustav Klimt und Emilie Flöge. Ich habe mich dem Thema Klimt und Attersee gewidmet. Ich komme aus der Region, aus Oberösterreich, ich weiß, was es heißt Sommer und See. Und ich kann das ganz gut nachempfinden, diese Begeisterung für die Landschaft. Inspiriert von der Farbe des Sees, den umliegenden Wäldern und Gärten, hat Gustav Klimt diese in seiner charakteristischen Weise festgehalten. Der Attersee war eine wichtige Landschaft damals, wo man sich traf, hinter den Kulissen. Der andere war Gustav Mahler dort. Es waren wichtige, wichtige Persönlichkeiten des Wien um 1900 dort. Und das war schon ein ganz spezieller Ort. Und natürlich, die Freizeit durfte nicht zu kurz kommen. Das Schwimmen, das Rudern und vor allem das Malen. Es sind ein Großteil seiner Landschaftsgemälde dort vor Ort entstanden. Viele Gemälde zeichnen sich durch naturalistische Detailtreue aus, wie Schloss Kammer am Attersee und zahlreiche Gartenansichten. Hier hinter mir ist ein besonders schönes, wichtiges Werk, das wir erst seit kurzem besitzen. Die Sonnenblume aus dem Jahr 1907. Wenn man genau hinschaut, sieht man noch im Untergrund Gold, Farbe, Glänzen. Und das ist zweierlei. Es ist ein Porträt, nämlich der Emilia Flöge. Der Kopf, die Sonnenblume symbolisiert immer eine Frau. Und sie steht auf einem Podest. Und die Silhouette ist eigentlich von Emilia Flöge. Das weiß man, weil es in diesem Sommer klimmt. Fotografien von Emilia genau in diesem Bauerngarten an demselben Ort gemacht hat, wo sie diese berühmten Reformkleider trägt. Flöge war eine faszinierende Person und ihre Mode war revolutionär. Mit Emilia Flöge hat er eben diese lebenslange Kooperation, auch in künstlerischer Hinsicht. Aber auch, wir würden heute sagen SMS, damals gab es eben diese Postkarten. Und er hat sich täglich, oft täglich und manchmal täglich mehrmals mit Emilia Flöge ausgetauscht. Man könnte fast meinen, vielleicht war sie dann die wirkliche Ehefrau oder vielleicht sogar eine Art Mutterersatz. Jedenfalls, wie er gestorben ist, hat er gesagt, die Emilia soll kommen. Also das war der Mensch, bei dem er sich aufgehoben gefühlt hat. Besonders das zeichnerische Werk Klimts hilft sein Gesamtwerk noch besser zu verstehen. Mit Bleistift oder Kreide ausgeführt, entfaltet er eine große Spannweite an Temperamenten und Stimmungen. In dem Gemälde beschreibt Klimt die Menschen als unbewusst und willenlos dem Leben hingegeben. Tod und Leben ist ein absolutes Hauptwerk von Gustav Klimt, ein symbolistisches Meisterwerk. Allein der Titel Tod und Leben ist programmatisch. Für Klimt, der sich sehr stark mit Erotik und Sexualität beschäftigt hat, ist Vergänglichkeit und Werben kein Widerspruch. Alles ist in den großen Fluss des Lebens eingebettet. Und seine Fakultätsbilder, Werke wie Tod und Leben zeigen, sie haben dort einen riesen Getümmel, einen Menschenwirbel. Dort sind junge Menschen, alte Menschen, ein kleines Kind, eine sehr alte Frau. Alles das ist eine Ausprägung des Lebens, sozusagen eine Idee, die im 19. Jahrhundert sehr stark entwickelt wurde, aber von ewiger Gültigkeit, woher kommen wir, wohin gehen wir. Und schon mit der Geburt ist auch etwas vom Ende da. Der Jugendstil ist eines der großen Phänomene der Kunst- und Kulturgeschichte, die sich die Erneuerung zum Ziel setzte. Der Stadtbahnpavillon am Karlsplatz von Otto Wagner ist ein Musterbeispiel und in der Gestaltung revolutionär. Metall und Holz in Apfelgrün, Gold und Marmor, ein bautechnisches Gesamtkunstwerk. Mit der Kirche am Steinhof schuf der Baukünstler ebenso ein einzigartiges Beispiel der europäischen Architektur um 1900. Jugendstil ist ein europäisches Phänomen. Jugendstil ist nicht etwas, was es nur in Österreich gibt. Der Jugendstil hat wichtige Wurzeln im englischen Arts and Crafts Movement. Wir finden den Jugendstil natürlich in Frankreich als Le Stil Nouveau. Es gibt in Italien den Stile Florale. Ein wichtiger Hinweis darauf ist, dieses Florale spielt eine große Rolle. Sie finden den Jugendstil in Mitteleuropa. Sie finden ihn auch in den lettischen Ländern, in Litauen und vor allem auch in Russland, in Moskau und in Petersburg. Das heißt, in ganz Europa der Name des Jugendstils kommt von der deutschen Zeitschrift Die Jugend. Was nun interessant ist, bezogen auf Wien, dass der Jugendstil von all diesen europäischen Orten als letztes nach Wien kommt. In dem großen Konzert ist Wien der letzte Ort, der sich einstimmt. Aber die Stimme, die Wien dann findet, ist die großartigste. Sozusagen nirgends ist dieser Jugendstil derart, erlebt eine derartige Blüte wie in dieser Stadt, in der Donaumonarchie, im Zentrum des Habsburger Reiches. Es ist zwar die letzte Stimme, aber sicherlich die bedeutendste. Mit der Postsparkasse gelang Otto Wagner ein Schlüsselbau. Er propagierte ja zeitgemäße Architektur, die dem Leben moderner Menschen gerecht werden soll, und technisch-konstruktive Zweckmäßigkeiten mit hohem ästhetischem Anspruch. Und was macht den Jugendstil jetzt wesentlicher aus? Wir haben diese großen Maler, wir haben Klimt als Anführer, die Sezessionisten, am Übergang dann auch der frühen Schiele, die gehen dann schon in den Expressionismus hinein. Wichtig ist, dass der Jugendstil eine neue Vorstellung von Kunst hat, die auch mit einem erweiterten Kunstbegriff operiert. Da wird es auch wieder sehr modern. Es geht nicht nur darum, schöne Bilder und großartige Zeichnungen zu machen, sondern alle Bereiche des Lebens zu erfassen. Das heißt, die Kunst hat eine neue Aufgabe in der Veredelung des Alltags der Menschen. Die Kunst soll aus der Zeit sein, sie soll modern sein, nicht rückwärtsgewandt. Und sie soll sich auch einem Publikum zuwenden, das Bilder braucht. Aber die Kunst ist auch dazu da, Stoffe, die Kleidung der Menschen zu gestalten, Möbel, Architektur, Glas, Silber. Diese Idee des Gesamtkunstwerkes, das ist vielleicht die faszinierendste Botschaft, die der Jugendstil uns hinterlassen hat. Mit der Gründung der Sezession strebten die Künstler ein eigenes Ausstellungsgebäude an. Josef Maria Olbrich errichtete daraufhin ein pavillonartiges Gebäude, wie es die Stadt noch nie erlebt hatte. Nach dem Motto, derzeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Das überragende symbolische Element ist die Kuppel aus vergoldeten Blättern. Josef Maria Olbrich hat eben die Sezession wirklich als Tempel für die Kunst gestaltet. Die Sezessionisten haben sich auf einem Künstlerhaus abgespalten und diese neue Künstlerinnenvereinigung gegründet. Ihr Hauptanliegen zu der Zeit war eigentlich ihr Selbstbewusstsein und ihre Kraft zu zeigen. Über einem weißen Quader erhebt sich die prunkvolle Kuppel, die wie ein Baum herauswächst und ihre Blätterkrone entfaltet, von den Wienern liebevoll als Krautappel bezeichnet. Die Fassade strukturiert ist auf der einen Seite diese klare Geometrie zwischen den Flächen, auch der weißen Oberfläche, die etwas eben auch für die Moderne steht. Dann aber immer wieder gebrochen durch das Florale und die Ornamente, die auf der Außenseite angebracht sind. Die Raumgestaltung beschränkt sich auf geometrisches Dekor. Derzeit zu sehen ist die Gruppenausstellung Mutatis Mutandis, kuratiert von Catherine David. Dieser Hauptausstellungsraum hier war eigentlich von Anfang an relativ nüchtern gestaltet in seiner Struktur. So, dass man durchaus davon sprechen kann, dass der erste White Cube innerhalb der Kunstgeschichte ist, also wirklich ein Ausstellungsraum im modernen Sinne. Durch die Künstlergruppe der Sezession, vor allem durch Gustav Klimt, Kolumosa, Josef Hoffmann, Otto Wagner betrieben, entstand der Wunsch nach künstlerischer Erneuerung im Sinn des Gesamtkunstwerks. Es entstanden Luxusgegenstände aus erlesenem Möbel, Schmuck, Glas und Keramik. 1903 die Gründung der Wiener Werkstätte. Eine kleine Gruppe von Kunsthandwerkern, die Möbel, Silber, Stoffe machen. Es gibt ja auch in der Kleidung Ansätze bei der Emilie Flöge, das sogenannte Reformkleid, die Befreiung der Frau aus dem Korsett. Im wörtlichen Sinn, aber auch im übertragenen politischen Sinn. Im Hinblick in diesem Kampf der Frauen um ihre bürgerlichen Rechte, um Wahlrecht und Zugang zur Universität, das passiert ja alles in der Zeit. Zur Programmatik gehörte vor allem die Forderung nach Funktionalität. Herausragende Designobjekte der Wiener Werkstätte, wie kostbarer Schmuck, Mode, Glas, sind im Leopold Museum zu bewundern. Und Möbel zum Beispiel von Kolumann Moser. Und Josef Hoffmann. Die Wiener Werkstätte beschäftigte eine Reihe guter Kunsthandwerker, die sich der Bearbeitung unterschiedlicher Materialien widmeten. Was so faszinierend in Wien um 1900 ist, dass es hier einerseits eine ganz streng geometrische Formensprache gibt, die um 1903 einen Höhepunkt erlebt. Das Quadrat, ganz strikt, alles reduziert auf sozusagen diese eine Grundform, das Quadrat als geheime Leitwährung des Wiener Jugendstils in den Farben auf schwarz und weiß. Und im Leopold Museum sind ja großartige Beispiele für Möbelstücke, die auch schon wie Möbelskulpturen, die man jederzeit auch heute für modern durchgehen lassen könnte. Und auf der anderen Seite, die zweite Richtung, konkurrierend, aber gleichzeitig, dieses Florale. Das Fließende, das Jugendstilige, das Schönlinige. Und diese beiden Welten sind parallel und gleichzeitig miteinander. Mit einem neuen Konzept eröffnet das MAK-Museum für angewandte Kunst eine neu konzipierte Schausammlung Wien 1900. Für Direktor Thun Hohenstein ermöglicht das einen idealen Zugang zur Kunst der Wiener Werkstätte. Die Jugend vieler bedeutender Künstler und Kreativer in dieser Zeit Wien 1900, kommt nicht von ungefähr. Es war auch sozusagen, sie waren privilegiert, aber sie haben eine Zeit vorgefunden, in der grundsätzliche Fragen neu verhandelt werden müssen. Die MAK-Schausammlung zeigt anhand wertvollster Exponate das umfassende Oeuvre der Wiener Werkstätte. Die puristische Form einer Deckelschüssel, Vasen von edlem Design, einen Einbandentwurf von Kolomosa. Wenn wir uns die Hauptakteure der Zeit anschauen, sie sind enorm jung. Zum Beispiel Hoffmann ist 28, als er zum Professor an der Kunstgewerbeschule ernannt wird. Mit 27 ist er Gründungsmitglied der Sezession, mit 25 ist er Gründungsmitglied des Siebener-Clubs. Also das vergessen wir immer, dass es möglich war, als junger Mensch etwas zu verändern in der Zeit. Das ist eine enorme Aufbruchszeit damals. Es ist vergleichbar mit einem Kochtopf, wo der Druck ansteigt und ansteigt, bis der Topf das nicht mehr aushält und er explodiert. Und von wo kommt dieser Druck? Der Druck kommt aus der Tatsache, dass Form und Inhalt nicht mehr übereingestimmt hat. Was bedeutet das? Dass die gesellschaftlichen Normen nicht mehr die Realitäten des täglichen Lebens wiedergespiegelt haben. Und dagegen wehren sich die Jungen. Der Architekt Josef Hoffmann war dem Neuen aufgeschlossen. Er entwickelte einen unverwechselbaren Stil, der von geometrischen Formen geprägt war. Zu Josef Hoffmanns 50. Geburtstag entwarf Dagobert Peche diese Ehrengabe in Form eines Astes mit drei Früchten. Diese Früchte dienen als Behälter für Symbole der bildenden Künste. Diese drei Fantasiefrüchte sind aber auch gleichzeitig Verpackungen für drei Geschenke. Und zwar stehen diese drei Geschenke für die Symbole der bildenden Kunst. Es ist für Architektur, Malerei und Skulptur oder Bildhauerei. Wobei eben für die Architektur gibt es einen kleinen Elfenbeintempel, den ebenfalls Peche entworfen hat. Für die Skulptur eine kleine Statuette von Anton Hannack. Und für die Malerei haben die Mitarbeiterinnen oder Studentinnen an der Wiener Kunstgewerbeschule von Hoffmann, die auch in der BW gearbeitet haben, so kleine Elfenbeinblättchen bemalt. Und all das ist in diesem Geschenk verborgen. Ob Koloman Moser, Hermann Obrist oder Josef Hoffmann, es zählt die Funktionalität. In diesem Entwurf geht er wirklich auf das Grundsätzliche eines Tisches zurück. Was braucht man? Ein Gestell und eine Platte. Und die Ästhetik oder die Qualität, die ästhetische Qualität dieses Tisches entsteht aus der Proportion und dem Material. Ohne Verwendung irgendeines Ornaments. Funktion statt Ornament. Diesen Leitsatz hat Adolf Loos zeitlebens befolgt. Vor allem beim Loos Haus am Michaeler Platz in Wien. Auffallend ist der Kontrast zwischen schlichter Fassade und aufwendigem Innendekor. Es gibt hier sehr schöne Parallelen zur Gegenwart. Sie müssen sich vorstellen, dass hier im 19. Jahrhundert vor dem Hintergrund der Industrialisierung schon zur Zeit des Historismus und dann umso mehr noch in Wien um 1900 eine große Aufbruchstimmung war. Aber auch eine Situation, in der kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Alles hat sich geändert. Das hat gewaltige Konsequenzen auch für das Verhältnis des Menschen zur Kunst. Und wir haben heute eine ähnliche Situation durch die Digitalisierung. Ich nenne das, was wir heute haben, die digitale Moderne. Und in dieser digitalen Moderne stellen sich eben auch sehr grundsätzliche Fragen neu. Nicht zuletzt die Frage des Stellenwerts der menschlichen Kreativität in einer Zeit, in der zunehmend computergestützt automatisiert wird. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020